Der letzte Boss in der Halle der Forscher steht an. Rafam entfesselt. Mal gucken. Achso, ja. Mit was spiele ich denn gegen den? Was kann der denn nochmal? Euer Held ist immun. Ach ja, da war ja was. Ich probiere es mal mit dem Melligoth-Schamanen. Dass man so die Zeit ausnutzt. Dass man das so vorbereitet. Und dann BÄM 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 ihn alles in eine Runde reinwirkt. Mal schauen, ob es klappt. Nina fragt mich Adventskalender. Ich werde in der Pause reinschauen. Also wenn ich jetzt gleich zwischen Half-Song und Dothar die Pause mache, dann werde ich da reinschauen. Earthshock. Vielleicht ganz nett. Waffe des Felsbeißers. Damit kann man auch mal swappen. Also, also traden meine ich. Nicht swappen. Während der Stab sich auflöst, ist Raffan unverwundbar. Danach können wir ihn für kurze Zeit angreifen, wenn wir an der beschworenen Kreatur vorbeikommen. 45. Autsch. Na dann. Schauen wir mal. 45 ist natürlich ganz schön mies. Joa, probieren wir es nochmal aus. Oh, das kann ganz schön nett sein. Affe mit Waffe. Eine geile Karte. Macht euch bereit. Muss natürlich auch lange genug überleben. 3, 4. Lohnt das schon dafür? Ach, machen wir es einfach. Ha, 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 überwältigende Macht. Okay, vielleicht wäre es besser gewesen, dafür das aufzuheben. Fuck. Der Stab hat sich überladen. Das ist euer Moment. Ja, das ist so ein Mittelmein-Moment. Ähm. Fangt. Aber erzählt Bran bloß nicht davon. Er liebt diese Pfeife. Fügt allen Dienern einen Schaden zu, ja. Äh. Äh. Äh, 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 äh. Ähm. Ich bin unbessi. 10, 10. Aua! Der Stab lädt sich erneut auf. Bald haben wir eine weitere gelegt. Ja, der Stab lädt sich auf. Jetzt muss ich nur noch den loswerden. Drei bis sechs. 6 Nein, nein Der Erfschauknoff Und nein, 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 anders So Das war in einer Kiste, die mit Nicht öffnen beschriftet war Okay, das Hex habe ich mir doch lieber Für den 10-10er aufgehoben Der Stab ist fast wieder bereit Aufgepasst Ja, ich passe auf Nur 15 HP Ein bisschen schwierig Der nächste 10-10er, das ist doch nicht witzig Der zeigt es ihm Wie denn? Den habe ich im geschmolzenen Kern gefunden Meier Domus hat ihn als Zahnstocher benutzt Äh Äh 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0, wieder 25 HP Äh, 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 äh Wer sich mit dem Stiel anlegt Kriegt die Hörner zu spüren Au Das ist auch alles nicht witzig Ja Hehehe Äh Zwei bis drei bringt mich auch nicht so wirklich weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10, ist auch scheiße. War nicht so viel Mana. Ich muss jetzt mal loswerden. Probieren wir es einfach. Au. Au, warum denn so viel auf mich? Das ist noch viel mehr Gegner. Danke. Gegner da. Okay, die Idee war, fand ich jetzt nicht so schlecht, ihn dann niederzubursten, aber der bringt da zwischendurch so starke Minions raus. Da wirst du ja bescheuert. Okay, was macht man denn? Die Idee, ein Priest mit Mind Control, finde ich gar nicht so schlecht. Auch Mind Control Tech könnte in dem Deck nicht schlecht sein. Probieren wir es doch mal. Wofür wir jetzt lang irgendwie anderen Sachen... Ich finde das, finde ein Priester... Nein, zurück. Ich finde Priester gar nicht schlecht. Muss halt erst natürlich soweit kommen, aber dann hat man schon ein paar Möglichkeiten. Okay. Also, Obst weg hier. Gedankenkontrolle rein. Ach, der andere Gedankenkontrolle, wenn ich nur schon dabei bin. So, danke. Wenn wir schon bei Gedanken sind, bleiben wir mal kurz dabei. Licht der Nauru, Powered Shield, Auferstehung, und diesen göttlichen Wille, und, ähm... Kinderes Feuer. Mir hat letztens noch schon viel Spaß gehabt. Das kann auch mal wieder klappen. Vernichternilien mit maximal drei Angriff. Schattenbrot tot. Valence auserwählte. Lichtbrunnen. Und auch der Lichtbrut. Dann nehme ich noch, äh, den... Die Lichtwächterin mit. Sind wir schon bei 24? So. So. Wie teuer war denn der 10-10-er? Den spielt einfach aus. Lohnt sich bekehren? Weiß ich nicht. Ähm... Lichtbombe ist nicht schlecht. Vol'jin ist nicht schlecht. Lebendig begraben ist nicht schlecht. So, ein heiliger Champion noch. Beste durchdachte Deck ever. Wir probieren es mal und sehen dann ja, was davon klappt und was nicht. Nein, stopp, stopp. Ich habe das, die falsche Deck ausgewählt. Raus. Wecke Trox. Schnauze halten. Ja, aber nur knapp. Hätte ich doch mal probieren sollen. Bestimmt das Deck jetzt noch geklappt, nachdem ich das andere gebaut habe. Ja, bringen wir im Museum mal auf Vordermann. Ich hau dich jetzt weg. Red nicht so viel, ich will dich weghauen. Rapham, der größte aller Archäologen. So. Werde Zeuge der ganzen Macht des Stabes. Kontrolle kann ich jetzt eh noch nicht, tausend Jahre noch nicht spielen. Die behalte ich mir mal. Das sind ganz gute Removal-Karten. Da habe ich drei Removal-Karten, aber auch ein bisschen viel. Ist Rapham unverbundbar? Danach können wir ihn für kurze Zeit angreifen, wenn wir an der beschworenen Kreatur vorbeikommen. Na, was kommt jetzt? Affe mit Waffe. Affe mit Waffe. Schickt mir gleich mal wieder nach Hause. Überwältigende Macht. Kommt, hier sind 10-10er. Was auch 10-10er? Oh. Boah, der wäre ja sonst total übel, dem beizukommen. Ganz gut, wenn man den einfach weghaut. Ich überlege, ob ich mir das noch aufhebe. Kriege ich zwar einmal drei Schaden, aber demnächst ohne noch ein Ausspiel kann ich gleich zwei entfernen. Au. Nee, macht er natürlich nicht. Dann halt nicht. Ich kann auch anders. Der Stab ist fast wieder bereit. Aufgepasst. So, was kostet mir das? Das kostet mich null Mana. Dann hat er noch zwei. Dann muss ich ihn wieder heilen. Okay. Ah, nee, ich wollte so andersrum machen. Jetzt habe ich gepennt. Nein, jetzt habe ich gepennt. Ich kann auch gar nicht heilen. Fällt mir gerade auf. Ich wollte auch erst und so weiter. Stimmt, ich kann ja gar nicht heilen. Ich habe ja gar keine... Die Hero Power ist ja ganz anders. Ach. Ach. Dann mache ich es dann. Auf alle Charaktere. War nicht so geil. Ich bin der Name des Lichts. na doch der schon ziemlich gut der arme 1 1 vielleicht habe ich auch die karte wieder mit denen ich alle hochheile da kommt das fragment von sulfuras mal ganz gut jetzt von sulfuras was auch immer neues ich ziehe jetzt mal noch eine karte oder naja nein du arsch den kann ich vernichten der nächsten runde übernehme ich ein bisschen was hier drin ist obwohl bei nächster und übernehme ich den einfach so den habe ich weg gedankenkontrolle in tup habe ich ja noch die frage will ich den weg hauen den blutkelch der hakari behalte ich mal noch mal ich noch 15 die schönste alles nicht wie ist das wenn ich den jetzt übernehme das problem ist das ist danach wahrscheinlich sterbe nächste runde wenn ich ihn übernehme dann sind sie auch beide waffen die sich gegenseitig traumhaft so den verwandle ich jetzt und jetzt gehe ich da hoffentlich einiges von nein mich hat nichts getroffen meine sammlung umfasst alte fakte aus hunderten von welten au au die muss ich schnell loswerden au ich werde nicht sterben nachdem es gerade so gut läuft das war's so diese aktion kann ich nicht ausführen Alison sehr oft appeared es ich gucke erstmal was ich bekomme kann ich nicht heilen nein den kein zauber ich kann ein bisschen Leben wieder her. Ich würde jetzt ganz gerne nicht nächste Runde sterben, bitte. Jetzt kein Spell, ich, wehe. Ja, ja. Ja, 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 ja. Fucker! Traumhaft. So, Baby. Bam! Nice. Wie geil diese Kombo war. Aus diesen beiden Karten. Alles immun. Boah, wenn er ein HP, wenn er es getroffen hätte. Ich hatte ein ganz gutes Board am Ende. Die Runde war ja mal der Hammer, wie die sich beide gegenseitig immun gemacht haben. Das ist mal... Und das hat echt gut geklappt mit dem Mind Control und dem Enttun. Traumhaft. Ja. Ich muss noch demnächst die verfallene Stadt nachholen. Das fehlt noch. Sonst hätte ich das schon geschafft. Aber die Heroischen haben wir heute richtig gut geschafft, die vier Bosse. Richtig, richtig nice. Sehr viel Spaß gemacht. Ja, und das passt auch perfekt. 36 ist ja Stream-Pause angesagt. Und er hat auf die Minute genau, heroisch, auch noch geschafft. Wie gesagt, das hole ich noch nach. In den nächsten Tagen mal die beiden. Und dann haben wir die Forscher-Liga komplett durchgespielt. Ganz schön cool. Also, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns nachher auch beim Dota-Stream. Ich wollte sagen, oder wollte ich nicht sagen, sondern normalerweise sage ich, oder schaut auf YouTube rein. Im Moment gibt es noch mal YouTube-Probleme. Ich hoffe, das klärt sich bald. Ich rechne allerdings nicht, dass sich das vor dem Wochenende noch klärt, weil, ja, Wochenende halt. Bisschen ätzend. Und dann sehen wir uns hoffentlich, ja, beim Streamen oder YouTube Anfang nächster Woche hoffentlich. Schauen wir mal. Also, und, ähm, tja, bis nachher. Jetzt erstmal kurze Pause und dann Dota-Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.